Jo, hallo Leute, noch ein kleines Statement mitten in der Nacht zum Thema Ärzte und Ärzte. Ich bin jetzt seit über drei Jahren Arzt, Hausarzt, Zahnarzt und wirklich Leute, glaubt es mir, ein nicht normaler Mensch, der mit sich selbst nicht im Reinen ist und nicht gesund ist und die Liebe in sich trägt, braucht einen Arzt. Wirklich generell, egal was sie machen, was sie anbieten, ein normaler Mensch, der wirklich einen höheren Status erreicht hat, und selig braucht deine Arztpraxis, zahnärztlich noch rausärztlich, denk drüber nach. Ärzte, ich kenne sie nicht mehr als Menschen, denk mal drüber nach. Seit drei Jahren Arzt, ich bin sowas von stolz. Oh, Stolz. Oh, Stolz. Das ist der Hammer, yeah!